Hat sich ruhig schon zu bestanden mit der Praxisprüfung, ja. Bleib ruhig da liegen! So Leute, ich will den Führerschein machen, ne? Also, machen wir uns auf. Fahren wir doch erstmal rüber zur Fahrschule, würde ich sagen, Leute. Wie stellen wir das am besten an? Man kann ja, man darf ja eigentlich nicht ablesen, ne? Glaubt ihr, man schafft das? Also, dann müsste es schon dumm sein, wenn man das nicht schafft, oder? Also, ich muss ja wirklich nur an den Haltelinien fahren. Mich innerorts an die Geschwindigkeit von 100 halten. Außerorts 150, um den Würfelpark herum 50 und an der Polizeistation auch. Die Erkreuzungen sind egal. Ampeln darf ich auch missachten. Hä? Also, Sie möchten PKW-Führerschein machen, ne? Richtig, genau, genau. Äh, ich bin übrigens der Praktiker und ich hoffe, das ist für Sie okay, wenn ich ein bisschen mitlaufe und... Das ist kein Problem, wenn Sie mich nicht so anschreien, ist das super, Sie sind sehr laut. Ich habe Ihnen erstmal einen Orange gegeben, ich hoffe, das ist in Ordnung. Kein Problem. Die sind nämlich frisch gefühlt und sehr lecker. Und 1000 Dollar, bitteschön. Was sind denn die Höchstgeschwindigkeiten innerorts, außerorts und auf der Autobahn? Also, innerorts beträgt die Höchstgeschwindigkeit 100. Da gibt es natürlich auch ein paar Ausnahmen, die ich habe, ne? Unter anderem der Würfelpark und Krankenhäuser und Polizeistation, da darf ich natürlich nur 50 fahren. Und muss natürlich darauf achten, wenn ich mich in einem Zebrastreifen näher klar, dass ich da nicht mit 100 durchbretter, ne? Was sind dann Ampeln denn zu beachten? Dann Ampeln ist nicht zu beachten, es sei denn, ich habe da halt einen Fußgänger, der überqueren möchte, da schaue ich natürlich. Aber Ampeln sind erstmal nicht Teil des Beachtungsmäßigen. Nur, dass Sie wissen, was ich meine. Genau, genau. Was ist das Wichtigste beim Erste-Hilfe-Lasten? Lassen Sie mich ganz kurz überlegen, das ist schon was länger her, war ja erst gestern. Ja, natürlich ein Verbandskasten, den soll ich im besten Fall... Ach, super. Alles klar, ja, kein Problem. Also, da waren wir jetzt hier bei null Fehlerpunkten. Sie haben die Theorieprüfung erfolgreich absolviert. Boah, da bin ich aber froh. Dann werden wir auch direkt zur Praxis übergehen. Uh, okay, wunderbar. Gut, wir fahren wahrscheinlich keinen Porsche Boxer GT, da sollte das nicht passieren. Also, wir fahren schon ein relativ schnelles Auto, ne? Aber das sollten Sie hinkriegen, ich glaube, dann sehen Sie... Schneller als ein Rollerbestuch. Das wissen Sie nicht, mein Roller fährt 70. Nice. Das ist mein Schmuck, ein kleines Schmuckstück hier. Sehen Sie ja. Aber das ist, da sehen Sie halt, ich bin jemand, der auf Sicherheit wirklich Wert legt, ja? Das ist alles verkromt, damit es bei anderen Fahrern zu sehen ist. Die ganzen Lichter fahren natürlich auch. Es ist wie so ein geflügelter Regen. Okay. Das ist schwierig, hier 20 zu fahren, das Auto beschleunigt dann doch. Ganz ehrlich, fahren Sie 30. Auch ganz wichtig, ne? Nicht auf der Spur bleiben, wenn es gerade ausseitzt, sondern hier jetzt zum Beispiel nach links wechseln, weil der Pfeil in Fahrtrichtung gerade ist. Ah ja, ach so, okay. Ja, ja, okay, okay, okay. Ich will ja, wie gesagt, nicht zu schnell fahren. Ich sehe ja teilweise, wie hier gerast wird. Das muss ja nicht sein, ne? Genau. Hier müssen wir 50 machen, ne? Das ist ganz wichtig. So, da sehen Sie, was ich meine hier. Das ist schwierig hier, ne? Wir gehen nachher mal auf die Autobahn. Da kannst du mal versuchen, falls du willst, den Rekord zu brechen von einem meiner Fahrschüler. Der Rekord von dem Auto liegt so bei 216 km. Schauen wir, ob ich das hinbekomme. Keine Piepser, der Wagen, ne? Genau. Ich bin der Diplom-Piepser, tatsächlich. Also, sollten Sie da, wie gesagt, Interesse haben, ne? Kann ich gerne mal gleich meine Nummer weitergeben. Das ist ja wirklich schon zum bestandenen. Dankeschön. Praxprüfung, ne? Ich meine, wenn Sie jetzt noch Zeit haben, dann mache ich auch vielleicht direkt den LKW-Führerschein, ne? Ai, 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 der beschleunigt aber. Waren Sie schon mal einen Fahrschüler, der so gewissenhaft gewesen ist? Ganz ehrlich? Ne. So, und ich nehme an, direkt auch nur der Motorrad-Führerschein. Ja, wenn wir die Möglichkeit haben, ach, warum nicht, ne? Auf jeden Fall, ne? Was soll die einmal rechts anhalten? Hier spricht das LKW-Führerschein. Hier einmal rechts anhalten. Kommen Sie mal vom Motorrad. Natürlich, der Herr. Bitte einmal Ihren Aussässigen und unsere Lizenzbrüche. Natürlich, richtig, genau. Bernd Wolter, mein Name. Oh, wieso haben Sie überhaupt keine Lizenzen, Herr Wolter? Ganz kurz. Ich bin gerade in der Fahrprüfung, deshalb, also. Ach so! Wieso sagen Sie das nicht? Ja, habe ich gar nicht gesehen. Ja, okay. Also, das ist jetzt auch ehrlich gesagt, ne? Gar kein, gar kein, gar kein Ärger. Ja, einfach allgemeine Verkehrskontrolle, nehm ich an. Allgemeine, genau. Schönen Abend noch. Hatten wir auch noch nie. Herr Mayer, vielen, vielen Dank. Es freut mich auch, dass ich mal so einen perfekten Fahrschüler hatte. Also, ich meine, ganz ehrlich. So, Leute, und jetzt fahre ich erst mal einen Tod. Wir holen jetzt erst mal den Porsche raus. Und jetzt bin ich selbstständig und kann meine ganzen Termine wahrnehmen. Jetzt müsste ich nur noch überlegen, Personenbeförderungsschein. Würde ich gerne machen. Kommt man als Taxifahrer unglaublich gut an neue Kontakte ran und hat die Möglichkeit, da neue Patienten für sich anzuwerben. Jetzt haben wir gleich noch einen Termin mit dem Herrn Antoine. Leute, ja, alle drei Führerscheine in einem Wisch. So ein Ding ist das, ja. Legal unterwegs, Leute. Endlich darf ich Auto fahren. Kann man da ein bisschen was an Preis drehen, oder nicht? Ja, nach unten korrigieren tue ich ungern tatsächlich. Wenn das jetzt gerade für Sie schwierig sein, Ich habe genug Geld, ich bin Millionär. Verrückt dich. Aber wenn Sie sagen, ich kann zahlen, wie ich will, dann gehe ich ein bisschen mit Preis runter. Ne, tut mir leid. Das ist kein Bazar hier, auf dem wir uns befinden. Das tut mir leid. Ich bin gerade in der Vergangenheit in meiner Heimat gewesen. Herr Wolter. Herr Kovac, einen wunderschönen guten Abend. Steigen Sie zu. Wir müssen irgendwo hinfahren, wo niemand ist und wo nichts ist. Ich stehe Ihnen da gerne bei. Das ist gar kein Problem. Ich bin sehr aufgeschmissen gerade. Sie können irgendwo hin, wo bitte kein Mensch ist. Das ist sehr wichtig. Geben Sie mir ganz kurz eine Sekunde Zeit. Eins, okay. Können wir weiter? Wenn Sie wüssten, was ich Ihnen gleich erzählen würde, dann würden Sie wissen, warum ich so bin. Bitte einfach irgendwo ganz, ganz schnell hin, wo niemand niemand ist. Bitte. Ich sage Ihnen nur kurz, ich sage Ihnen nur kurz, um was es geht, damit wir weiterreden können. Ich war gestern bei Paleto. Ja. Ich habe Joanna nach Hause gebracht. Dann war ich an der Hauptstraße und da war ein Obststand und ich dachte mir, ich halte an, kaufe frische Orangen. Dann wurde ich aber bedroht und ich habe diese Person umgebracht mit dieser Waffe. Bitte? Das ist, Tobi, das ist nicht dein Ernst. Ich konnte nichts machen. Was hätte ich machen sollen? Wo hast du die Waffe her? Die habe ich bekommen. Ich will jetzt niemanden mit reinziehen, aber die Waffe habe ich geschenkt bekommen. Gottes Willen, da kann ich nur die Hände, da kann ich nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Tobi, das ist absolut indiskutabel und nicht in Ordnung. Wir fahren jetzt zur Polizei und Sie stellen sich. Nein, ich kann nicht. Sie haben eine Waffe, Sie fahren Fahrzeug ohne Erlaubnis, Sie haben keinen Waffenschein und Sie haben einen Menschen umgebracht. Ich kann so jemanden bei mir nicht beschäftigen. Ich rufe jetzt die Polizei. Hey, hey, hey. Moment mal, Moment mal, Moment mal. Sie können jetzt nicht die Polizei rum. Sie sind immer noch mein Angestellter. Ich kann, ich habe nichts. Hier, ja, hier ist es. Bock Mist, Alter. Angrenzend hohe Wahrscheinlichkeit ist es so, dass der Mann tot ist. Schießen Sie mir in den Bauch. Nein, ich werde Ihnen nicht in den Bauch schießen. Sicherlich nicht. Ich werde keine Waffe hier berühren. Dafür habe ich einen Leibwächter. Dann lass Sie mir in den Bauch schießen. Ich will spüren und ich will sehen, ob man sowas überlebt. Das bringt jetzt überhaupt niemandem etwas. Joanna. Ich habe gerade 33.000 dabei. Machen wir 30.000, dann ist das in Ordnung. Okay. Die drei für mich dann. Demnichter Idiot. Ich rufe ganz, dass die Polizei... Nein! Nein, stopp. Kann ich jetzt am Anfrage senden drücken? Oder wir lassen das. Ja, wir lassen das. Hä, was ist das für eine Frage? Joanna, dürfte ich vielleicht fragen, ob du noch Leute hast, die eventuell Therapiebedarf haben, wenn ich das so offen sagen darf? Ich denke erst mal nicht. Joanna, was mit dir selbst? Ah, halt, stopp. Ich bin ein bisschen durch. Warte mal, willst du damit ver... Bitte? Du bist ein Arsch. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Jetzt nicht auf beleidigt. Jetzt nicht auf beleidigt machen. Du willst... Du sagst gerade, ich brauche eine Therapie. Herr Wolter, ich habe gerade einen Klienten. Ist gerade schlecht. Ich melde mich später bei Ihnen, ja? Ganz kurz. Haben Sie einen Fahrklienten oder einen Anwaltsklienten? Anwaltsmandanten habe ich. Ich hätte nämlich auch noch jemanden für Sie. Okay, dann ich rufe Sie nachher zurück, so weit ich durch bin, ja? Herr Landlord, folgen Sie mir bitte. Herr Bernd. Ja, nennen Sie mich Herr Wolter. Herr Wolter, genau. Da vorne steht ein Baum. Ja, das ist von meinen Mitwohnern. Also erzählen Sie mir erst mal, warum sind Sie überhaupt hier? Der Ersten, die nicht bin ich hier, weil sie mir geraten haben, hier reinzukommen. Sie haben mich gestern überredet, oder nicht? Ähm... Poi, das hat alles in Ruhe angefangen, weißt? Ich war in Würfelpark, hab da ein bisschen mit meinen Kollegen ein bisschen trainiert, weißt? Und dann kam ein Typ von Seite, weißt? Und hat gesagt, hey, du Donkopf, halt dein Schnauze, rät nicht so laut, ey. Dann hat er gesagt, wenn du jetzt nicht dein Schnauze hältst, dann zieh ich dich mit deinen Ohren über den Teppich hier, weißt? Boden, meint er wahrscheinlich. Weil Teppich ist ja nicht ein Würfelpark in Beton, weißt? Poi, beruhig dich, ey. Mit meinen Ohren, ich wäre fast in Disney, in Dumbo, hätte ich ein Musical mitgespielt, weißt? Und dann hat er gesagt, was hast du gerade gesagt? Hast du mich gerade disrespektiert, oder was? Jedenfalls drei Minuten später, meint der Typ, warte hier, zwei Minuten, ich komm wieder und dann, wenn du nicht weg bist, ich geb den Knarren, deine Birne. Und dann war ein bisschen Fetzerei, ba, 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 du hältst deine Schnauze, du Donkopf. Und dann ich, du hältst auch deine Schnauze, du Donkopf. Hinher, hinher. Ja, klar. Genau, genau. Und dann hat der Typ gesagt, du kommst jetzt mit mir mit, ich zeig dir jetzt mal was. Warum sind sie denn da mitgegangen, wenn ich fragen darf? Ich meine, sie wussten ja, wie es endet, oder? Ich bin mit dem mitgegangen, keine Ahnung, was der mir zeigen wollte, wahrscheinlich sein Briefmarkensammlung oder so, weißt du? Nehmen wir an, der hat sie in eine ruhige Ecke gelockt, um ihn in den Rücken zu schießen. Genau, das war auch mein erster Gedanke, aber ich bin mitgegangen, weißt du? Warum? In erster Linie vertraue ich in den Ursprungssituationen. Und in den Ende von Geschichte ist... Kennen wir ja schon, ihm wurde in den Rücken geschossen. Genau. Genau, und dann hat der Knarre gezogen und in den Rücken geschossen. Gut, was ich jetzt herauslesen kann, ist, dass wir die jemanden sind, der fast schon Ärger sucht. Genau, im ersten Moment, ich bin, ich möchte Actionstar werden, weißt du? Aber ist das dann das Richtige, sich in den Rücken schießen zu lassen als Actionstar? Natürlich nicht, natürlich nicht. Da ist natürlich ihre physische Gesundheit das Wichtigste, nicht wahr? Genau, 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 genau. Wollen wir ganz kurz mal durchspielen, wie es eventuell aussehen würde? Lenden Sie sich vor, ich habe jetzt hier diese Waffe, Sie sehen das, ja? Reagieren Sie mal bitte so, wie Sie auch gestern reagiert haben. Ja, gib mir einen Tritt, gib mir einen Tritt. Ich bin in der Situation jetzt drin. Bleib ruhig da liegen! Ich bin Anti-Infektionstraining, du hast mir gerade einen Badge gegeben, ey. Und jetzt ganz kurz, hören Sie mich? Natürlich. Wir sind raus aus der Situation und genau da müssen wir jetzt ansetzen, ja? Verstehen Sie, dass Sie jetzt genau in dem Moment müssen Sie umschalten im Kopf, ja? Wichtig ist, dass Sie klar und deutlich ohne Beleidigung und Ausfälligkeiten signalisieren, dass Ihnen die Situation gerade zu viel ist und dass Sie das nicht möchten, okay? Genau, genau. Sie haben bereits einen Tritt abbekommen. Wie wäre es jetzt am besten zu reagieren? Ich würde dir jetzt eine Geschichte erzählen. Es war einmal ein kleiner Indianer, der sein Unschuld verlor. Also haben wir doch hier schon mal den ersten Schritt zur Deeskalation gefunden, ja? Die Geschichte. Genau. Und das herunterspielende Situation, dass das einigen auf eventuell ein gemeinsames Interesse, nämlich den Kampfsport, ja? Richtig, genau, genau. Gut, wäre das denn für Sie in Ordnung, wenn Sie das jetzt immer fortan versuchen anzuwenden? Natürlich, ich bin in den Stadt so reingekommen, aber das Problem ist, den meisten Typen, die ich den Geschichten erzähle, die raschen direkt aus, Direkt, bam, bam, hier, bam, da. Das ist dann genau der zweite Fall, den wir besprechen müssen, und zwar ist es da auch wichtig, einfach mal zu sagen, gut, ich entferne mich jetzt hier, Sie wollen das nicht hören, möchte keinen Ärger, lassen Sie mich bitte in Ruhe, ich gehe jetzt, okay? Komm, oder hast du Angst? Komm, komm her, komm her. Bleib ruhig da liegen! Hey, hey, oh, hör mal auf, warum beruhigst du dich nicht? Gewalt ist doch keine Lösung, ey. Ich werde mich jetzt hier nicht beruhigen, du hast mich dumm angemacht hier, hä? Pass mal auf, du kleinen Pfennigfuchse, ich glaube, du brauchst ein bisschen Hilfe. Komm jetzt, los, komm, hast du Angst oder was? Warum gibst du mir den ganzen Tag ein Badge? Was ist los mit dir? Hast du Angst oder was? Hast du Angst hier, hä? So, jetzt, jetzt die letzte Stufe zünden, was machst du jetzt? Deine Geschichte erzählen wir das doch. Genau, genau, richtig, genau. Hey, 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 ich erzähle jetzt eine Geschichte von den Sankt Martin, wie der mit seinen aufgemotzten Karre rumfährt, weißt du? Merkst du, ich fange jetzt an zuzuhören und beruhige mich, ja? Genau, genau, das war die Geschichte. Siehst du, siehst du, was jetzt passiert ist? Ich bin jetzt ganz ruhig. Genau. Jetzt haben wir alle drei Stufen mal durchgespielt und es hat dir geholfen. Genau, weil ich dir eine Geschichte erzählt habe. Möchtest du mir eins beantworten, wie fühlst du dich jetzt? Ich bin gerade in Ruhe unterwegs, hab ein bisschen Schmerzen in meiner Birne, weil du mir ein Badge gegeben hast, du dumm Kopf, aber ist okay. Sehr gut. Wie hat dir deine erste Stunde gefallen? Ich sage dir ehrlich, das war brutal, du bist super. Komm, ey. Bis zumal. Du hast mein Herz tief drin, hast geklaut gerade. Gib mir wieder, du dumm Kopf. Das hast du gut gemacht heute, ich bin stolz auf dich. Das ist den ersten Betrag und jetzt kriegst du noch ein bisschen Trinkgeld, weißt du? Nein, das muss nicht sein, das muss nicht sein, alles gut. wir haben hier feste Sätze, ich möchte, das ist sehr lieb, Dankeschön. Hallo Herr Wolter, ich bin gerade mehr oder weniger an den Geiselnahme verwickelt, ist gerade schlecht. Ich melde mich gleich nochmal bei Ihnen, ja? Sie sind jetzt nicht an der Staatsbank, oder? Ja, ja doch, wieso? Sie armes Schwein, soll ich mal vorbeikommen? Vielleicht kann ich vermitteln, ich bin Psychologe. Ja, es ist glaube ich auch nicht mega illegal, was wir hier gerade machen. Was ist denn denn passiert? Jetzt werden die vermutlich gerade die Bank da leer rollen. Ich hätte zumindest auch mal erwartet, dass nicht immer irgendwie ein Polizist die Verhandlungen führt, hat gestern tatsächlich jemandem in den Bauch geschossen, nachdem er bedroht worden ist. Für den Fall, dass da eventuell rechtliche Konsequenzen auf ihn zukommen, da können wir uns auch gerne bei Ihnen melden. Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Jetzt geht's los, die hauen alle ab. Alle in die Autos und zack, weg sind sie. Aber wie schnell jetzt? Zack, zack, zack. Alle kommen raus, sehen sie das? Guck mal, es sind noch Geiseln dabei, es sind noch Geiseln dabei, oder? Die verschleppen dir auch noch die Perversen. Oh, 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 ein paar Nummernschilder aufschreiben, Nummernschilder aufschreiben. Und hier oben, verdammt. Ja, nee, das war's noch nicht, schauen sie mal da vorne rechts. Polizei hinterher und Weasel News auch direkt. Wollen wir mal reingehen, wollen wir mal schauen, ich meine, da stehen ja noch ganz viele Fahrzeuge, ne? Keiner mehr drin, keiner mehr drin. Starten wir den nächsten Überfall, damit rechnet keiner. Herr Bergmann, wir haben nicht mal eine Waffe. Das stimmt. Oh, oh, ich hab noch Stimmen gehört. Raus hier, raus hier, raus hier. Hier sind definitiv noch Leute von denen. Das ist ihr Auto? Das ist mein Auto. Hier. Ganz kurze Frage, ich spreche mal lieber ein bisschen leiser. Warum, dass wir das Gefühl haben, es ist noch nicht vorbei. Dass das nur ein Ablenkungsmanöver war und die eigentlichen Verbrecher noch in der Bank sind. Wir waren gerade in der Bank drin und haben noch Stimmen gehört. Gleich einmal mein Telefon. Alice, für die Leitstelle. Linken, Rhyme, guten Abend. Hallo. Von drin. Was? Jetzt geht er schon weg. Das ist irgendeine brisante Information. Von, von innen. Naja, sag ich ja, sag ich ja. Ich schau mal, ob ich eine Einheit vorbeischicken kann. Vielleicht haben wir ja da Glück und finden noch was. Ja, wir wollten die Informationen, wie gesagt, nur abgeben hier. Dürftest du hier noch eine Sache fragen? Ja. Tatsächlich bin ich beruflich Psychologe und würde eventuell mich mal gerne vorstellen. Das machen wir später im Moment. Der Mann ist beschäftigt, glaube ich, ihr Beute. Das bringt alles hier nichts. Also, die Polizeiarbeit hier ist wirklich lausig. Kannst du mir nicht erzählen, dass hier nicht Korruption auf höchster Stufe passiert. Und das kann nicht sein, dass die Polizei und die Politik da nichts tut und nicht da ist. Verstehe mich nicht falsch, aber wenn wir genug Leute zusammenbekommen, ja. Kriegst du nicht hin, dann kriegst du, dann weißt du, was die mit dir machen? Die sagen, komm mal mit zum Flughafen und strike meinen Flieger ein. Die können mich doch nicht einfach rauswerfen. Wenn man eine Partei gründet oder sowas, das wird doch wohl doch legal sein. Das ist sehr schwierig. Das kannst du hier nicht durchkriegen. Jetzt geht's los. Ja, super. Was ist los, Officer? Guten Abend. Der hat eine Panne, den haben wir gerade eine. Ich hatte gerade eine Panne gehabt. Ich bin hier die Klippe runtergefallen. Alles gut. Sind die Klippe runtergefallen? Ja. Ich mache mich nochmal auf den Weg. Ich glaube, ich habe noch eine Führerscheinprüfung zu erledigen. Dann hoffen wir, dass wir diesmal nicht von der Polizei angehalten werden. Diesmal hoffentlich nicht. Vielen Dank. Ich habe zu danken. Ich bin sehr glücklich. An der Stelle bin ich dann raus. Dankeschön. Dann zeigt mir mal eine Person, die hier auf null Fehlerpunkte Basis komplett alle fünf Fahrprüfen an einem Tag durchrotzt. Das will ich aber erst mal sehen hier. Morgen hole ich mir noch einen Waffenschein. Dann bin ich hier etabliert. Und dann sehen wir uns die Tage beziehungsweise morgen wieder. Macht's gut. Haut rein. Bis dann. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.